Ich hab den größten Ball im Bellbad, schreibt Angela Fingererben zu einem Instagram-Bild, das sie in einer riesigen Menge pinker Bälle liegen zeigt. Ins Auge fällt dabei sofort ihr Babybauch, der schon nicht mehr zu übersehen ist. Zudem versieht die 39-Jährige ihren Post mit den Hashtags Raute glücklich, Raute Anna wird große Schwester und Raute es wächst und wächst. In einem Video auf rtl.de bringt die Moderatorin auch nochmal ihre riesige Freude zum Ausdruck und berichtet darüber. Wie sie und ihr Mann Jens der kleinen Anna von erzählt haben, dass sie große Schwester wird. Es sei der schönste Moment überhaupt gewesen. Zauberhafte Geschichte Da habe ich ihr meinen Bauch gezeigt und habe ihr erzählt, dass da ein Baby drin ist. Und sie schaut mich mit großen Augen an, ein Baby im Bauch? Rausholen, rausholen, habe die zweieinhalbjährige da gefläht. Angela habe ihre Tochter daraufhin gesagt, dass das Baby erst im Sommer kommt, wenn die Sonne scheint. Daraufhin habe Anna aus dem Fenster geschaut und gesagt, Mama, die Sonne scheint. Schließlich wollte sie den Bauch streicheln und hat ein Bussi darauf geben. Ein ganz bezaubernder und emotionaler Moment für die Familie, den Angela auf jeden Fall niemals vergessen wird. Anna wünscht sich übrigens einen Bruder. Und, wir wissen zu 90 Prozent, was es wird. Ich bin da noch ein bisschen vorsichtig. Anna war auch bis zum fünften Monat zu 99 Prozent angeblich ein Junge. Aus diesem Grund halte sich die Moderatorin noch ein bisschen zurück.